Das ist Franzi. Franzi ist durstig von seiner Wanderung. Hier Franzi, da hast du ein Murauer Bier. Trink einen Schluck und wir schauen uns an, wo es herkommt. Richtig Franzi, es kommt natürlich aus der Brauerei Murau. Schlaues Körnchen. Seit 1495 wird hier in Murau gebraut. Murauer Bier ist eine Genossenschaft. Das heißt, es gibt nicht nur einen Eigentümer, sondern insgesamt 450. Bei der Brauerei Murau arbeiten 183 Menschen und 105 Fahrzeuge sorgen dafür, dass rein das Beste den Weg zu dir findet. 16 verschiedene Biersorten und 9 Limonaden werden CO2-neutral mit frischem Wasser aus eigenen Murauquellen produziert. Jährlich verlassen rund 260.000 Hektoliter Bier die Brauerei. Rein das Beste wurde schon mit unzähligen nationalen und internationalen Preisen prämiert. Die Kreativbiere wie Pale Ale oder Stout werden in der Schaubrauerei gebraut. Die ist Teil der Brauerei der Sinne, wo man die Welt des Brauens schmecken, riechen und hören kann. In der Bierapotheke genießt man verschiedene Biersorten und deckt sich mit bierigen Arzneien sowie Pflegeprodukten ein. So Franzi, nach dieser Tour bekommst du natürlich noch eines. Bei Limius verdient Hope. Überhaupt nicht **** Das war nicht Horror. Ich das zuerstellen. Ich hab meine Beonomie gebetßen.